Die Terrapin ist zuerst ein militärisches Erkundungsschiff. Seine vorrangige Rolle ist dabei, in unkartografiertes Gebiet vorzudringen, die Lage zu erkunden und Bericht zu erstatten. Das Schiff ist also dafür gebaut, auch einige Treffer wegstecken zu können, weil man nie wissen kann, in welche Gefahren es gerät, ob man plötzlich von Asteroiden getroffen wird, weil man in einem bis dahin unbekannten Asteroidengürtel landet, der sich in einem Nebel befindet. Es gibt eine Menge Dinge, auf die dieses Schiff zuerst treffen könnte und darauf muss es vorbereitet sein. Die Terrapin bürgt eine Menge von ihrer Namensgeberin, denn sie ist in ihrer Essenz eine Schildkröte. So hat sie einen in der Schiffswelt von Star Citizen einzigartigen Modus, mit dem sie quasi in Deckung gehen kann. Die Terrapin schützt sich mit einer Art Plattenrüstung, zulasten ihrer Bewegungsfähigkeit. Das verstärkt sozusagen ihre Überlebensfähigkeit, indem sie sich in ihren Panzer zurückzieht, im Falle dessen, dass man beispielsweise an einem unbekannten Planeten in unbekannter Umgebung rauskommt und plötzlich angegriffen wird. Da kann es wirklich das Stück Zeitgewinn durch die Extrapanzerung sein, sich zurückziehen zu können und die Lage nochmal zu überdenken. Ergo, die Terrapin kommt mit einer geradezu irrsinnigen Masse an Verteidigungsschutz daher. Sie kann eine Wahnsinnsmenge an Treffern einstecken. Allerdings hat sie keine besondere Feuerkraft. Die Terrapin kann ein wenig austeilen, um sich zu verteidigen, aber Kampf ist eben nicht ihre vorgesehene Rolle. Ihre Rolle ist es, in unbekanntes Gebiet vorzudringen, Informationen zu sammeln und sich zurückzuziehen, und zwar alles aus der militärischen Perspektive heraus. Die Terrapin kann also neben ihrer eh schon sehr starken, kompakten Struktur Panzerplatten ausfahren und sich damit komplett bedecken, wie eine Schildkröte in ihren Panzer zurückziehen. Außerdem unterdrückt sie damit ihre Hitzesignatur, was ihr noch ein Stück mehr Sicherheit verleiht, weil sie so durch Scanner schwerer entdeckt werden kann, während sie ihrer Aufklärungsfunktion nachgeht. Im Anschluss muss sie die Platten natürlich wieder öffnen, um die Temperaturen wieder auszugleichen. Die Terrapin ist mit diversen Geräteaufhängungen ausgestattet, um verschiedene Arten von Scans durchzuführen, wenn man an weit entfernten Punkten damit beschäftigt ist, zu überleben und Informationen zu sammeln. Die Rolle der Terrapin passt, neben dem militärischen Aspekt also auch zur Bergbauindustrie, Sprungpunktkartografie und generell dafür, detaillierte Informationen zu sammeln über, was auch immer Ziel des Interesses ist, Planeten, Absturzstellen oder was auch immer denkbar oder undenkbar ist. Die Terrapin wird dabei dafür sorgen, dass ihr Pilot überlebt, während er sich nah genug heranschleicht, um die benötigten Informationen zu besorgen. Weil die Terrapin eben ein Erkundungsschiff für den tiefen Raum ist, kommt sie mit gigantischem Sensor-Equipment auf ihrem Rücken daher. Sie ist aber auch ein Anvil-Schiff. Diese Sensorschüssel erfüllt daher zwei Aspekte. Zum einen ist es der empfindliche Punkt, um die Operationsfähigkeit der Terrapin nachhaltig zu schädigen. Zum anderen bringt es aber den Zirkel- bzw. Kreisaspekt mit sich, der jedes Anvil-Schiff auszeichnet, seien es die Hornet, die Hurricane oder auch die Carrack. Dieser Kreis zeichnet die Anvil-Familie aus und fügt auch die Terrapin dort ein, obwohl sie gänzlich anders aussieht als die Kampfschiffe, eben weil sie nicht für den Dogfight gebaut ist. Neben dem hat sie natürlich dieselben Farben, dieselbe Lichtgebung, die sie als Anvil-Schiff klassifizieren. Bei dem grundsätzlichen Design von Anvil-Schiffen hat sich CIG eine Menge von Star Wars und Alien abgeschaut, wird hier erzählt. So haben alle Anvil-Schiffe keine rechten Winkel, sondern 30-Grad-Winkel. Sie haben Hexagon-Strukturen außen wie innen, die sich überlappen und insbesondere der Terrapin ihr charakteristisches Aussehen verleihen. Sie hat zwei Betten, Lagerraum für Nahrung und Wasser zum Reparieren und für medizinische Grundversorgung, für die Rüstung und so diese und jene Kleinigkeit, die man bei seinen Ausflügen vielleicht findet. Es ist kein Frachtschiff, das ist klar. Aber die Terrapin hat kleinen Lagerraum, um Proben oder Erinnerungsstücke mitführen zu können. Die Terrapin bietet zwar Platz für zwei Personen, ist aber im Grunde ein Schiff für Einzelspieler, die aber natürlich in der Gruppe spielen können. Man kann es zu zweit spielen. Der Pilot navigiert durch Asteroidenfelder, während der Mitspieler Scans durchführt. Aber selbst wenn man in einem großen Verbund fliegt mit einer großen Anzahl von Mitspielern, so ist man in der Terrapin doch die meiste Zeit allein und macht sein Ding. Zurückschauend auf die Konzeptzeichnung ist die Terrapin etwas größer geworden als geplant. Nicht viel, aber es war trotzdem notwendig, damit man sich in der Terrapin bewegen kann. Und insbesondere die Implementierung des Landegestells, von dem man zur Konzeptphase nur vage Vorstellungen hatte, benötigte eine Menge mehr Raum unterhalb des Schiffes, als das Original vorsah. Die Schubdüsen des Schiffes sind so gestaltet, dass es quasi unendlich lange über einer Stelle schweben kann. Was jetzt erstmal seltsam klingt. Aber man muss sich vorstellen, dass diese Schiffe über Planetenoberflächen schwebend groß sind. Das sind massive Dinger und gerade die Terrapin ist nicht wesentlich mehr als ein fliegender Backstein. Insofern nutzt es die Hauptschubdüsen als VTOL-Düsen, um in der Luft schweben zu können, weil die einfach sehr mächtig sind. Die Terrapin ist sicherlich nicht sehr wendig, aber aufgrund ihrer mächtigen Haupttriebwerke hat sie auch keine zwingenden Nachteile. Der Fokus der Terrapin ist es, Schaden einzustecken und zu überleben. Alles ist eingekapselt. Es gibt keine Flügel oder hervorstehenden Teile. Die Terrapin zu gestalten war insofern eine Herausforderung, als dass es das erste Schiff der Enville-Familie ist, was begehbar sein sollte. CRG hat also versucht, den bekannten Stil aus den Cockpits zu übernehmen und in das Design der Innenräume zu übertragen. Man hat also ein Design in der Art von Schotts auf Kampfschiffen oder Unterseebooten, gleichzeitig aber die 30-Grad-winklige Hexagon-Struktur. Darüber mussten sie einige Zeit nachdenken und auch darüber, wie zum Beispiel Türen von Enville-Schiffen aussehen könnten, wie die Lichtgebung aussieht, wie der Schiffsstatus an den Spieler kommuniziert wird, welche Optionen es zur Reaktion bietet. Enville hat zum Beispiel physische Displays. Bei Drake-Schiffen hat man dem entgegen Knöpfe und Schalter, während man bei Enville Touchscreens hat. Allerdings nicht so fancy wiederum, wie man es bei RSI-Schiffen vorfinden würde. Es ist ein Mittelding zwischen der puren Funktionalität von Drake-Schiffen und dem ästhetischen Design von RSI. Enville und so auch die Terrapin sind 100% Militärfahrzeuge, wird uns hier erzählt. Kalt, sehr zweckmäßig, leblos. Alles in und an dem Schiff dient einem Zweck oder sollte zumindest so wirken. Als Erkundungsschiff ist es sicherlich eines der kleinsten. Man kann damit passende Orte für den neuen Unternehmensaußenposten finden. Es kann aber auch ein passendes Schiff für Möchtegern-Fahrtfinder sein, die eine angemessene Absicherung haben wollen, auch lebend wieder zurückkehren zu können. Untertitelung des ZDF für Möchtegern-Fahrtfinder